Alles gut? Der einzig wahre Grund, warum man nach Paris muss. Hier gibt es das beste und leckerste Essen der ganzen Welt. Und Spaß, hier gibt es Sachen, von denen habe ich bisher nur geträumt. Wie zum Beispiel das hier, das ist ein Mix aus Cookie und Croissant. Nennt sich witzigerweise Croissant und ist den Hype absolut wert. Es ist im Mund einfach nur eine Geschmacksexplosion. Beste Croissant, was ich je gegessen habe. Nur in Paris gibt es ebenfalls Blair Warders Lieblingsmacarons. Und ja, Chuck Bess hat sich natürlich trotzdem immer wieder damit überrascht. Ja, doch kostet ein Macarons stolze 4 Euro. Und ich muss trotzdem zugeben, dass sie so lecker waren. Aufgrund des Preises kann es keine 10 von 10 sein. Wenn ihr Trüffelpasta liebt, müsst ihr euch das Video unbedingt speichern. Denn hier in diesem Restaurant gab es die besten Trüffelpasta, die ich je gegessen habe. Und hier bin ich komplett vom Glauben abgefallen. Ich meine Oreo-Cookies. Diesen Stand gab es am Pariser Bahnhof und die Cookies waren dick, saftig, geschmacksintensiv, einfach nur perfekt. Und natürlich mussten wir uns für die Romantik einmal Frühstück im Bett gehen. Aber keiner hat mir vorher gesagt, wie schwer es ist, im Bett zu essen.